Wir holen mal gleich, wenn wir da Benzin gemacht haben. Da ist ja gleich ein Auto. Können wir gleich zum Schluss machen, bevor wir wieder zurückdüsen. Weapon-Parts, genau, das können wir mitnehmen. Noch ein Hammer, ganz wichtig. Ich glaube, mit Hand nehme ich allzu viel Hammer. Oh Gott! Alter! Okay, gut, haben wir den ersten drin.